So, Aufnahme Nummer 6 Ah, das ist schon Ich habe nämlich jetzt so viel geredet und muss traurigerweise sagen, eigentlich habe ich gar nicht so viel zu sagen Der neue Kanal steht, der ist überarbeitet Ich danke mich an allen, die da mitgeholfen haben Hier auf dem Kanal wird es noch ein paar Videos geben Was werdet ihr erfahren? Werdet ihr in der Zukunft sehen Aber ansonsten würde ich sagen, der neue Kanal steht Ja, heißt, werde ich euch ein bisschen nichts sagen Wenn ihr wissen wollt, wie der heißt Dann stream, guckt mal rein Ab und zu wurde da Ausrufezeichen DC gemacht Dann könnt ihr gerne das Code Einige Leute haben wir vom Discord gekickt Damit sie an den Kanalnamen nicht rankommen gleich Und Deswegen Ich habe auch Anfragen So viele Anfragen Für den neuen Kanal Auch da kann ich Für die, die auf dem Discord sind und dieses Video sehen, ignoriert ist Sagen Wir sehen uns sogar heute Abend im ersten neuen Test-Livestream Auf Dadurch suchen Ja, wenn In diesem Sinne Viel Spaß Neuer Kanal steht Ist aber noch ein bisschen ein Auf Zwei, drei Zwei Danke Sushi Sushi Nummer Körbe 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 Zwanz 기를 분 Ein Wund Müs Ich Untertitelung des ZDF, 2020